Okay, wenigstens die Wunde ist jetzt versorgt, auch wenn wahrscheinlich jetzt jeder im Lager Bescheid weiß, wo Lara ist. Nach dem Schrei. Oh, Feuerpfeile. Ha. Na, das wird jetzt lustig. Oh, wir wurden schon erwischt. Mann, das Ding fetzt. Okay, wo ist noch jemand? Ich will euch alle erwischen. So, machen wir es so. Wow. Das Ding ist geil. Oh, das gefällt mir. Die Feuerpfeile sind einfach geil. Komm her. Okay. Ah, da oben. Da oben. Okay, machen wir es so. Brennen, Baby. Burn. Okay, da unten ist niemand. Da oben ist auch niemand. Ah, okay. Da ist jemand. So, haben wir es erledigt. Noch irgendjemand? Ich habe da noch ein Festchen. So, komm her. Ich mache dich fertig. So. Oh, da haben wir ja Menge zum Plüntern. Ah, jetzt bin ich hier wieder froh und mutig ran. Ich bin wieder bei Kräften, beziehungsweise Lehrer eigentlich. Ich habe ein schönes Lagerfeuer und schön gegrillte Gegner. Sturmgewehr. Offen modifizieren. Maschinengewehr zu. Sturmgewehr machen. Yay. Das freut mich. Jetzt schaue ich auch mal meine Ausrüstung an. Schrotflinte. Gewehr. Laufmantel, ein Laufmantel. Schaden erhöht. Habe ich gern. Verringerter Rückstoß. Habe ich auch gern. Oh ja, was man nicht alles so gern hat. Okay, mal schauen. Wo waren hier alles Gegner? Wir haben ja ein paar Kandidaten zum Plündern. Ich denke eh schon, dass... Einige hier wegspawned sind. Schade eigentlich. So. Ein bisschen Bergungstugut. Tut gut. Tut tut tut. Das tut gut. Ist ein Bergungsgut. So. Yay. Hm, das ist wahrscheinlich nur so Waffenzeug. Waffen. Normal. Waffen. So. Ah, da haben wir ja auch jemanden. Gut, dann gehen wir mal weiter voran. Ähm, da ist vier Waffen drin. Die habe ich aber alles. Noch ein bisschen mehr gefunden. So, ähm, da muss ich ja da rüber. Waren da nicht eigentlich auch ein paar Kandidaten? Hm. Habe jetzt keinen gesehen. Ah, da komme ich eigentlich wieder zurück. Ähm. Ah. Also, blickrichtungsmäßig ist es schon mal richtig hier. Hm, okay. Da könnten Gegner auftauchen. Schätze ich mal. Ich halte das für sehr gut möglich. Hm. Mega riesen, fette Kette. Oh Mann, was für eine riesen... So. Da haben wir einiges gesammelt. Da haben wir Bögen. Da haben wir Blut. So, das kommt noch. Bam. Da haben wir noch mehr. Zwei von drei Teilen für die Schrotflinte. Wuhu. Finden wir da was Interessantes drin, außer Munition. Wo wir jetzt wieder was haben. Gut, so wie es aussieht, entweder liegt da wirklich nichts mehr so viel, oder ich habe mich verguckt. Also, ich finde jetzt erst mal hier nichts mehr. Oh, doch. Doch, auf und zu mal was. Ein von drei Teilen fürs Gewehr. Hm. Ach, die Seite habe ich noch nicht ganz untersucht. Ach so, Schrotflinten-Muni. Ist ja auch wichtig. So. Habe ich alles. Gut, schauen wir noch mal rein. Hm. Ach doch, da ist was. Ach, Geocages habe ich gefunden. Ein von 15 in diesem Bereich. Wow. Entweder ich habe viele verpasst, oder... Keine Ahnung eigentlich. Muss ja auch mal aufgeladen werden. Ah, im Moment ist ja noch richtig... Ah, 2 von 15. Wir bringen doch einige. Gut, darum geht es nicht. Müssen wir mal weiter. So. Da ist auch nichts. So, Blickrichtungsmäßig passt das immer noch gut. Wir sind also immerhin auf der richtigen Spur alles. Wee. Das gefällt mir jetzt schon mal nicht. Oh. Uh, ich wusste, da kommen Gegner. Was? Ist er jetzt von der Seite gekommen? Ah, Mann. So, jetzt habe ich dich erwischt. Ah, verd... Oh, Mann. So. Jetzt bist du erst mal dran. Hast was... ...aufs Maul bekommen. Ach, komm. Oh, 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 oh. Wo hat denn der hergeschossen? Bitte. Oh, das ärgert mich. Bestimmt wäre ich fast fertig gewesen. Oh, Mann. Haha. Ach, verdammt. Den hätte ich fertig machen können. Wow, 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 wow. So. Okay, da... Da unten ist irgendjemand. Da haben wir noch jemanden. So. Endgültig fertig. Was? Ach, nö. Da wäre ich noch lang nicht fertig. So. Maul jetzt. Was? Da überlebt noch einer. So. Du bist auch noch am Leben. Kurz und bündig. Tschüss. Ah, meine Güte, war das wieder nervig. Hm. Sogar ein paar Leichen gestapelt. Ach ja, was tut mir nicht alles. Immerhin sehr viel Bäckungsgut bekommen wir hier. Auch nett. So. Überlebensinstinkt sorgt. Hm, da ist ein Fass. Gut, schauen wir mal hier wieder ein bisschen durch. Aber man muss ja überall ein bisschen stöbern. Überall was versteckt und so. Hey. Hängt ein bisschen ab. Naja, wenn man alles haben will. Muss man immer gut suchen. So. Da haben wir wieder voll alles. Hm. Ungefähr. Danke. So. Habe ich doch gern. So, und jetzt. Oh, Mann. Na toll. Das habe ich ja jetzt gut gemacht. rettende Schutz, äh, rettende das Haus gehabt. Und, ja. Kann ich drüber springen? Haha. Ich kann drüber springen, cool. So, schauen wir mal rein. Ja. Oh mein Gott. Was treibt sie bloß dazu. So, da haben wir mal wieder was Schönes gehabt. Auch den Bogen. So, das haben wir doch gern. So. Ah, Mann. Ah, Mann. Komm. So, gut. Jetzt haben wir doch alle langsam hier abgefackelt. Ich habe doch da noch welche gesehen. Komm. So. Ich darf nur nicht zu weit nach vorne treten. Ah. Sonst passiert das. Aber da kann ich jetzt entspannt angehen. So. Das passiert. So. Falle ist ausgelöst. Ausgelöst. Berkungsgut ist befreit. Kürt mir. Alles easy going. Ah, ich bin wieder ganz fett im Geschäft, was Berkungsgut angeht. So, da ist grad nix mehr da. Da kann man den nix wieder aufwerten. Hm, cool. Wieder ein Fäh... Fäh... Äh, Fähigkeitspunkt. Das hab ich gern. So, schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Oh, da ist doch was drin. 3 von 15 Geocaches. So, ein bisschen Bogen. Äh, Pfeile meine ich natürlich. Darf ich das Blut hin? Ob das jetzt natürlich zurückgeht? Hm, gute Frage. Ich denke ja. Darum gehe ich hier wieder rein. So, verrückte Gegend hier. Verrückte Gegend. Äh, ich bin jetzt interessiert, da reinzugehen. Frage, wie komm ich rein? Hm. Das ist eine gute Frage. Hm. Schau ich mal wieder nach. Ich muss ja da rüber und... Oh Mann. Um weiterzukommen. Habe ich mich jetzt wieder ein bisschen verlaufen? Irgendwie... Fast schon ja. Nein, ich bin richtig. Das ist ein Gegner. Okay, einer weg. Zweiter weg. Dritter weg. Ja. Geh doch. Geh doch. So, einer weg. Ne, da ist niemand. Oh, da... Bist du? Aha. So. Und da ist jetzt auch wieder niemand eigentlich. Gut. Haben wir das auch erledigt. Kurz und... Naja, ein bisschen schmerzvoll für mich, aber... Das geht schon wieder. Für euch interessiert sich hier niemand. Ihr Feinde. So. Gut, hab ich voll. Hm. Ah, geh ich mal da runter. Vielleicht finden wir doch mal was Interessants unten. Das müssen wir doch meilenweit hören. Wieso kommen die nicht alle angerannt auf einmal? So, ist vielleicht was Interessantes auf dem Dach? Kerzen. Nicht das Interessanteste, was ich gesucht habe, aber hey. Ähm. So. Nettes Kästchen haben wir hier drin. Und da ist... Reliquienjagd. Sonst nichts weiter drin. Dann suchen wir mal nach dem nächsten ab. Gut, ist hier oben was Interessantes. Hm, da können wir uns abseihen. Okay, das geht nach da drüben. Sieht eigentlich nach der richtigen Richtung aus. Hm. Ich mach mal. Oh, das ist die Ecke wieder. Aber hier über die Dächer kommen wir vielleicht hier schon im richtigen Ort. Ui. Die haben da echt nette Kreaturen. Okay. So, da soll ich jetzt mal hin, denke ich mal. Gut. Öffnen wir das Tor. Und schauen dahinter. Wie. Es klemmt. Ach, lass mich raten. Die haben eine Barrikade hingebaut. Wow. Flammen. Doch so nah will ich nicht sein. Ja. So. Jetzt klemmt's nicht mehr. So. Dann können wir durch. Highway to hell. Das kann jetzt nur noch lustig werden, wenn's schon so heißt. Gut, schauen wir mal, was wir alles aufbessern können. Ähm. Schwert zu finden in den Nahrungsquellen. Und das klingt gut. Oh, das klingt noch besser. Yay. So, Bogen. Da haben wir ja alle eigentlich alles gemacht. Was ich schade finde. Ich würde noch besser gern haben. Pistole haben wir. Machen wir halt den selben Modus. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da füllt uns wieder überall nur Material. Muss ich mal viel hier für die Schrottflinte sammeln. Für die Schrotze. Äh, die haben jetzt gerade von einem alten Mann geredet. Da ich Lara Croft spiele, die eine Frau ist. Von wem reden sie dann? Gut, haben wir Buch. 24. Oktober 1994. So, haben wir wieder wieder Munition gesammelt. Hm. Ich möchte gern runter. So, ein bisschen Bergungsgut wieder. Oh, du bist ja nicht so neben. Ey. Ja, frage ich mich auch gerade. Oh mein Gott. Wohin? Ok, dann rennen wir. Gehen wir zu unseren Freunden, gleich nachdem wir das Bergungsgut gesammelt haben. Oh, du willst doch was haben? Und rennen wir mit Geburt. Sarah, hier oben. Ähm. Du bist entkommen. Ich kann nichts halten. Komm rauf. Ihr müsst die anderen holen. Hm, ok. Lara, schwing deinen Hintern hier rauf. Ach, da ist er dir. Ach, da ist er dir. Wow. Ja, also mit hoch rauf wird das hier erstmal nix mehr. Ich glaube, da spielt jemand hier mit zu viel Dynamit. So. Du lebst da immer noch. Ah, Mann. Du nervensegel. Ups. Ah. Und wieder weg hier. Oh, Mann. Wieder einer. Okay. Was willst du jetzt hier? What? Okay. Also, so habe ich das gern. Ah, Mann. Und weg hier. Das ist ja ein richtiges Bombardement hier. So. Noch jemand da? Ach, klar. Klar. Ja, ja. Werf nur her. Stört keinen. Bin nur ich. Wie viel von dem Zeug habt ihr eigentlich? Dass ihr so verschwenderisch umgehen könnt. So. Ich habe genügend Pfeile von euch bekommen. Das möchte ich jetzt nur mal gesagt haben. Oh Gott, da laufen noch welche. Oh ja. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt. Aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Äh, verdammt. Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommt sie ja damit über die andere Seite. Okay. Schon unterwegs. Weiß ich jetzt, was ich zu tun habe.